Das Burgenland setzt auf Windkraft. Austrian Wind Power, eine 100% Tochter der BWAG, ist Österreichs größter Windstromproduzent. In zehn burgenländischen Windparks mit insgesamt 138 Windenergieanlagen und einer Gesamtleistung von rund 242 Megawatt werden im Jahr mehr als 500 Millionen Kilowattstunden Ökostrom produziert. Und der Ausbau der Windkraft schreitet zügig voran, um das Ziel der Stromautarkie zu erreichen. Denn in zwei Jahren soll im Burgenland so viel Strom aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt werden, wie über das Jahr verbraucht wird. Wenn im Burgenland alle geplanten Windprojekte umgesetzt sind, wird die Einspeiseleistung rund 1000 Megawatt betragen. Das entspricht der Leistung von rund fünf Donaukraftwerken. Windenergie kommt dem Land und damit den Burgenländerinnen und Burgenländern zugute. Die Nutzung der Windenergie ist mittlerweile ein relevanter Wirtschaftsfaktor geworden. Sie schafft Arbeitsplätze im Land und leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Durch die Windparks von Austrian Windpower können jährlich rund 33,5 Millionen Liter Erdöl eingespart werden. Das entspricht einem CO2-Ausstoß von rund 350.000 Tonnen. Austrian Windpower ist ein gefragter Planer, Errichter und Betreiber hocheffizienter Windparks und ein seriöser Geschäftspartner. Nutzen wir das vorhandene Potenzial des Windes im Interesse der Umwelt, des Landes und der zukünftigen Generationen.